Einen wunderschönen guten Damen und Herren meine Tage und willkommen zurück zur zweiten Episode von Rhodes to Dark Matter. Schönen guten Damen und Herren meine Tage und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rhodes to Dark Matter. In der heutigen Folge steht folgende Waffe auf dem Plan und zwar ist es die QBZ83. Alles was wir dafür noch brauchen sind mickrige sieben Doppelabschüsse. Die sollten machbar sein, ich werde das mal eben auf Newtown machen. Wenn wir dann die Goldtarnung haben, werden wir dann natürlich wieder uns die Goldtarnung in-game angucken und versuchen ein schönes Gameplay mit dieser Waffe letztendlich zu erspielen. Für die Leute die es interessiert, ich habe es inzwischen geschafft 6 ganze 3er Streaks mit dem Raketenwerfer zu machen. Dazu noch 6 Doppelabschüsse, also ich mache Progress und das nicht in Hardcore. Um nochmal einen allgemeinen Blick darüber zu verschaffen, was man denn letztendlich für eine Waffe auf Gold machen muss. Also letztendlich fängt man an mit Kills. Die sind relativ easy, die macht man einfach 300 Stück. Weiter geht es mit Kopfschüssen. Das dürften 100 Stück sein, genau das sind sie auch. Kommt auch alles mit der Zeit. Dann wird es allerdings schon ein bisschen schwieriger. Blutrünstig, 5er Streaks machen, 20 Stück, alles schon geschafft. Ich muss sagen, mit Sturmgewehren ist es dann doch recht einfacher als mit MPs generell. Sturmgewehre viel einfacher auf Gold zu spielen als mit MPs. Wenn ihr die Herausforderung am Anfang haben wollt, dann macht erst andere Waffen, wie z.B. den Raketenwerfer und lasst euch solche einfachen Sachen für später. Dann kommen wir zu 75 Abschüssen durch deine Punktserien, Ausrüstung oder Feldaufrüstung, wo der Gegner dadurch entdeckt wird. Das kommt halt mit der Zeit. Je nachdem, also ganz einfach eine Drohne benutzen oder ein Richtmikrofon oder Betäubungsgranaten. Ich mache es mit einer Drohne oder mit dem Richtmikrofon. Kommen wir zur nächsten Tarnung und das ist speziell. Ne, ich glaube es ist bei allen, außer bei den MPs und bei den Shotguns so. Das sind die 50 Kills, wo Gegner, die vor dir in Deckung gehen, also die musst du ausschalten. Das ist ein bisschen halt gegnerabhängig und ich muss sagen, das ist halt das Äquivalent zu den Nahkampfabschüssen der MPs. Und das ist deutlich besser und einfacher zu machen, denn die Leute, die schimmeln immer ein bisschen rum in Cold War. Dann natürlich noch die Doppelabschüsse, wovon uns noch sieben Stück fehlen, die wir jetzt hoffentlich auch gleich so schnell wie möglich machen werden. Und dann haben wir auch schon die Goldtarnung, die werden freigeschaltet, wenn es soweit ist. An der Stelle soll gesagt sein, während wir eine Lobby suchen, lasst auf jeden Fall gerne ein Like auf diesem Video da. Abonniert den Kanal, schreibt gerne einen Kommentar unter, welche Waffe ihr als nächstes euch wünschen würdet. Ich habe leider eigentlich, ich habe einen Plan, wie ich vorgehen würde, aber trotzdem, wenn ihr gerne unbedingt eine Waffe sehen wollt, solange es nicht der Raketenwaffe ist, dann schreibt es gerne rein. Alles klar, wir sind nachgejoint auf Nuketown. Und es geht direkt mal los hier. So, gucken wir mal, was hier so abgeht. Oder ob hier überhaupt irgendwas abgeht. Da haben wir schon mal den ersten Doppelabschuss gemacht. Das lief doch schon mal sehr gut. Den haben wir leider nicht bekommen. Und da kommt gleich ein Zornwechsel rein. Ich möchte jetzt auch nicht hier die ganze Zeit oben rumcampen. Und da hat man uns schon bestraft dafür. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Nuketown gespielt, denn... Das ist halt der einfachste Weg, um die Waffen schnell hochzuleveln. Und mir ist aufgefallen, dass TDM Nuketown überhaupt nicht geil ist. Wirklich gar nicht. Es macht eigentlich auch nicht allzu viel Spaß. Da haben wir vielleicht gleich noch den nächsten holen. Das lief schon mal sehr gut. Das war aber kein Doppelabschuss. Was auch ein bisschen nervig ist, sind die ganzen Sniper in Cold War. Aber da haben wir den nächsten Doppelabschuss. Also es dürfte eigentlich einer gewesen sein hier. Okay, der ist tot. Hat der mich erschrocken. Wir haben den Nachbemangriff, okay. Ich glaube, den werde ich mal direkt in deren Zorn setzen. Holy shit! Das ist der nächste Doppelabschuss. Okay. Das liebt gut. Da haben wir den nächsten schon. Also den nächsten Kill. Und das geht hier ganz easy, locker und flockig. Nicht gut voran. Nein, alles bisher super. So habe ich mir, genau so habe ich mir das vorgestellt. Dass wir direkt in der ersten Runde hier vielleicht die ganzen Sachen klar machen können. Jupp, da haben wir den. Da haben wir den nächsten. Und das war auch ein Doppelabschuss. Oh mein Gott! Das ist der vierte. Vier von sieben haben wir damit schon. Ey, der läuft hier wirklich äußerst gut, ey. Ah Mist, der steht im Rauch. Konnte er mich sehen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Er hat genauso wenig gesehen wie ich. Okay. What the fuck, Alter. Da habe ich doch ab und zu auch mal Gunfighter, die ich gewinne. Knappes Sieg am Ende. Wir gehen 25-11 mit der ersten Runde. Wir haben vier Doppelabschüsse gemacht. Ich werde die Folgen übrigens immer so aufbauen, dass ich nicht wirklich eine komplette Waffenkategorie durchgehe von oben nach unten. Das heißt, dass ich von wegen nicht erst alle MPs mache, alle Sturmgewehre, alle Shotguns. Sondern, dass ich kreuz und quer verteile jetzt mal MP, dann jetzt gerade das Sturmgewehr. Mal gucken, vielleicht als nächstes ein LMG, eine Sniper, eine Shotgun, je nachdem, wofür ich mich da entscheiden werde. Dröhnchen geht raus. Das war kein Doppelabschuss. Nein, schade. 9-1. Also es beginnt gar nicht mal so schlecht für uns. Die Lobby heute ist gar nicht mal so übel. Alter, diese Waffe. Haben wir gleich nochmal geholt. Über dieses Aim möchte ich nicht reden. Das war absoluter Rotz. Nein! Was ist das? Was ist hier los? Wir haben ihn! Die liegen auf dem Boden rum. Irgendwas krabbelt an meinem Hals. Was ist mit den Leuten los? Nein! Mit der Shotgun kommt er da auf die Ecke. Alter! Habt ihr gesehen? Der Typ, wo gerade einfach hingerichtet wurde. Oh! Hat er mich erschrocken? Aber er hat sich bestimmt genauso erschrocken. Jawohl! Samtex Abschluss. Dieses Game, es macht gerade echt viel Spaß, muss ich sagen. 27,5 zur Halbzeit. Okay. 1. Das ist der ekelhafteste Spot, den es auf Viewtorn gibt, finde ich. Mit der ekelhafteste. Guckt euch das an, wie ich die Leute jetzt hier reihenweise wegfrühstücken werde. Das passiert nichts. Das kannst du doch niemandem erzählen. Gab es die Lücke früher auch schon? Boom! Boom! Zweier Streak. Komm, Paul, jetzt. Komm, einen noch. Einen noch. Der liegt ab. Nein! Oh! Nein! Ja, gut. Okay. Hab ich gesagt, dass es klappt? Warte, wir verlieren C? Nächster Dopplerabschuss. Oh, Munition ist alle! Da war nicht schlecht. Oh, jawoll! Streak ist oben! Oh, guckt euch dieses gefundene Fressen an. Alter, jawoll! Alter, jawoll! Das ist so eine geile Runde gerade. 51,9! 51,9! Was war das für eine krasse Runde, Mann! Und wir haben Best Moment sogar. Das stimmt, da meint er, C wird eingenommen. Und da war meine Munition auf einmal alle. Och Mann, ich habe doch nicht da... Ey, hallo! Danke! So, einen kleinen Überblick verschaffen wir uns noch mal kurz, was uns denn jetzt genau alles noch fehlt. Zwei Doppelabschüsse sind es noch. Zwei Stück. So, nach diesen zwei wunderbaren Runden habe ich aber eigentlich Gesellschaft bekommen. Mach auf, du bist am Start, sag mal hallo! Oh! Und ich hoffe, du bist lauter, bitte! Ich will das nicht im Nachhinein wieder viel zu leiser. Aber okay. Das Problem, was ich bloß gerade sehe, ich habe gerade zwei Hammer-Runden gehabt, das heißt mit Scale-Based Matchmaking. Ich habe keine Lust auf die nächste Runde, das sage ich euch jetzt ehrlich, ne? Das ist mein Scale des Jahrtausends. Ich mache die Raketenwerfer-Kills einfach in Zombies. Am Ende wird es eh nicht möglich sein und ich habe alles umsonst getan. Nein, stirb doch, Mensch! Ey, kommt da in den Spawnwechsel rein. Okay, okay. Okay. Dann kommt noch einer. Okay. Ich haue ein Dröhnchen raus. Den haben wir gewollbanked. Einen habe ich. Nein, ich sterbe bei sieben. Aber wir haben den Napalmangriff und das ist sehr gut. Und mal gucken, ob der Napalmangriff auch was bringt. Ja, drei Leute. Damit lässt sich arbeiten. Aber den nächsten, oh Gott, ich dachte, das wäre ein Gegner. Dann für den Call. Doppelabschuss. Doppelabschuss. Es geht weiter. Der ist ja gut gespawnt. Nein, nein, schade. Das hätte der letzte Doppelabschuss sein können. Oben im Haus ist wer. Ein Doppelabschuss fehlt uns nur noch. Scheiße, Mann. Die würde ich schon gerne machen. Das ist der Doppelabschuss. Das ist Gold. Das muss Gold sein. Goldtarnung für die QWZ. Es ist da kurz vor Rundenende. Jawoll, Alter. Die nächste Goldtarnung. Und jetzt haben wir es endlich freigeschaltet. Goldtarnung für die QWZ. Und jetzt gucken wir uns die Ingame-Tarnung nochmal schnell an. Versuchen noch eine schöne Runde rauszuhauen auf Newtown. Dann ist das Video auch schon beendet. So, da sind wir auch schon Ingame. Man sieht absolut wenig von der Goldtarnung. Der Rest ist echt, naja, schwarz halt. Klassik. Wir gehen ja mal kurz in die Sonne rein. So sieht die Goldtarnung aus. Sie glänzt sogar ein bisschen. Und damit werden wir jetzt einiges versuchen. Wünscht mir Glück. Oder komm du nicht rein. Holy shit, okay. Gegenüber in anderen Fenster sind Sniper-Sprachprobleme heute auch. Wieder mal mit am Start. Herzlich willkommen. Oh Gott. Alter, ist der geflogen, Mann. Der Knife Runner kommt. Hab ihn. Ich habe nichts gesehen durch den Rauch. Hier ist der Knife Runner. Geht euch. Ist dead. Dann verziehen wir uns mal von hier. Versuchen woanders einen Kill zu holen. Rechts auf B ist wer. Ja. Gott sei Dank hat jemand den Knife Runner geholt. Dann bin ich ein Lappen, Alter. Geschützt. Oh mein Gott. Alter. Rocket Launcher. Ja. Das Dräunchen hauen wir schon mal raus. Oh, jetzt macht er denselben Move. Da liegt einer unter dem Bus bei dem Stück. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das haben wir gleich im Griff. Oh mein Gott. Alter. Warte mal. Alter. Jawoll. Es läuft und läuft und läuft und läuft immer besser hier. Guck dir das an. Wir rennen hier einfach rein und holen die Leute weg. Auch wenn ich jetzt einmal komplett durch den Spawn gerannt bin. Gehört euch einfach diese letzten Runden hier noch. Den Heli nochmal gemacht. Den hauen wir jetzt nochmal aus dem Helikopter. Sau stark ey. Dieses Game macht heute mal ein bisschen mehr Spaß als normalerweise. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da. 54.12 noch am Ende rausgeholt. Alter. Ich muss sagen, da haben wir im Ende auch noch mal ordentlich was rausgeholt aus der Waffe. Ich muss sagen, die Aufnahme lief viel besser als das Freispielen der einzelnen Sachen, muss ich ehrlich sagen. Die letzten Tage Cold War waren mal wieder nicht einfach. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge der Road to Dark Matter Serie gefallen. Falls ihr alles mal wimpft, gerne einen Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Waffe als nächstes rankommen soll. Und abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Bis dahin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.